Kommen wir zum DFB-Pokal. Nun, wie ist es, wenn Marcel Reif zwei Heimspiele im Viertelfinale auf Heimsieg tippt? Dann gibt es logischerweise zwei Auswärtssiege, was ihm in dem Fall gar nicht so unrecht ist, denn, das ist ja kein Geheimnis, ihr FCK, heimatlich verbunden, steht nach einem 3-1-Sieg bei Hertha tatsächlich im Halbfinale. Und damit das wirklich wieder augenzwinkernd immer läuft, ich habe dort Fußball gespielt, ich bin dort aufgewachsen, ich habe meine ganze Jugend dort verbracht. Die haben das Trikot getragen. Das Trikot getragen und ich habe das mit Stolz getragen und das ist, Fritz Walter hat mir das Du angeboten und ich habe den Klub im Herzen, das ändert aber nichts daran, dass es mir für Hertha richtig leid tut. Richtig. Es ist wirklich eine der Geschichten, die uns die Nächsten, solange wir hier stehen werden, glaube ich, wird uns das Thema beschäftigen, Hertha und der Pokal zu Hause und wie sie weiträumig den Berliner Raum umfahren, immer wenn es Richtung, jetzt könnte was werden, im Pokal geht. Aber für den FCK freut es mich. Die hatten eine schwere Phase gerade gehabt. Ich hoffe, dass sie daraus nicht die falschen Schlüsse ziehen und sagen, ach, die Liga, das wird schon gehen jetzt, denn sonst bist du schnell wieder Drittligist. Aber dass das überraschend war, mich hat es überrascht, dass die Hertha das zu Hause hinkriegt. Aber da sehen Sie, möglicherweise ist das, was wir Ihnen immer hier erzählen, Hertha muss jetzt endlich mal, sobald sie dann im eigenen Stadion in Richtung wirklich Finale marschieren, dann kommt dieser Rucksack, der zu groß ist. Beobachten Sie ein bisschen die Herausforderung für Hertha und den Verein, mit diesem tragischen Tod von Kai Bernstein so umzugehen, dass das Sportliche trotzdem weitergeht? Und das ist überhaupt nicht als Vorwurf gemeint. Das ist eine ganz schlimme Situation, in die viele Menschen, gerade seine Familie, seine Freunde da geraten sind. Aber auch gestern, viele, die im Stadion sagten, sie wissen noch gar nicht so richtig, wie sie sich verhalten dürfen oder sollen. Deswegen, es gibt nichts zu sagen, da machen die was falsch, sondern es ist ein Loch, ein schwarzes, trauriges Loch, ein Vakuum, in dem sie im Moment sind. Und ja, da draußen, das ist doch draußen, die sollen da unten Fußball spielen. Das sind auch nur Menschen. Und Hertha ist durch einige Täler gegangen und hatten gerade so eine Anhöhe erreicht, wo man die Sonne wieder sieht, wo man durchatmen kann. Damit bist du noch nicht Pokalsieger, noch nicht Deutscher Meister und nicht Aufsteiger, alles in Ordnung. Und dieses ist ein brutaler Schnitt wieder. Und Küchenpsychologie, aber sei es drum, das, glaube ich, hat man gestern gespürt auf dem Platz. Dazu kommt, dass Trainer Pal Dardai überraschend für viele den Torwart gewechselt hat für dieses Viertelfinale. Ernst war draußen und Marius Gersbeck hat zum ersten Mal gespielt. Pal Dardai erklärte das hinterher so. Hätte Marius, habt ihr viele Zeitungen gelesen, was alles passiert ist, sondern hätte Marius nicht die Dinge gemacht, hätte die ganze Poker schon im Tor gestanden. Bei uns ist der Respekt und die öffentliche Arbeit sehr wichtig. So wie letztes Jahr habe ich Tjag, den letzten Spieltag mit Christensen, habe ich geredet. Ich habe gesagt, bitte, ich möchte Tjag spielen lassen, wichtig für uns, wichtig für mich. Da hat er gesagt, okay Trainer, heute war das auch die ähnliche Fahrt. Ich habe erklärt, er gehört zu unserer Mannschaft, macht einen sehr guten Job. Auch im Training hat er richtig gesteigert, die letzten drei, vier Wochen. Und deswegen hat er das verdient. Ja, und heute hat er, ich glaube, gut gespielt. Er hat die zweite Halbzeit, wo wir nach vorne gespielt, mit riesigen Eran, guten Lieberhoferhaltern. Auch bei den Toren war er nicht schuldig. Also praktisch alles schön. Und er weiß das selber, hat er heute zehn Elfmeter gehalten, hat er auch wohin an der Karte gespielt. Ja, das ist so. Und das war auch kommuniziert. Kurz noch zur Erklärung, Torwart Gersbeck stand im vergangenen Sommer vor Gericht wegen Körperverletzung. Hat darum lange Zeit keine Berücksichtigung bei Hertha gefunden. Jetzt hat er also gespielt, weil Dardai von Anfang an diese Pokalregel geplant hatte. Ernst Stammtorwart in der zweiten Liga, Gersbeck im Pokal. Auch wenn Gersbeck selbst keine Fehler gemacht hat, fanden Sie es ungewöhnlich, vor so einem vermeintlichen Spiel des Jahres hinten eine neue Formation ins Rennen zu schicken? Es war auch noch eine Dreierkette statt der gelernten Viererkette, die verteidigen sollte. Also Manchester City, das Maß bis zum nächsten Finale, wenigstens aller Dinge im europäischen Weltfußball. Pep Guardiola macht es genau so. So, da spielt der eine Torhüter, spielt die Liga, der andere darf im Pokal spielen. Also daran kann doch vom Grundsatz nicht alles falsch sein. Nur er hat die gesamte Hinrunde gar nicht gespielt. Auch nicht im Pokal. So, aber irgendwann musst du, ist doch immer das erste Mal. Gersbeck, sagen Sie, die ganze Geschichte aus dem Sommer müssen wir abhandeln. Die ist juristisch aufgearbeitet, das ist alles geklärt. Und ja, man hätte sagen können, wir wollen dich aber hier nicht mehr beim Klub haben. Das haben sie aber anders gemacht. Sie haben das kommuniziert. Die Sache ist abgeschlossen. Er ist ein Teil dieser Mannschaft. Und wenn du einen zweiten Torhüter hast, der da zwar rumsitzt in so einem gelben Zeug und das fürs Mannschaftsfoto vor Saisonbeginn immer ganz lustig ist, aber ansonsten wirst du den nie wieder sehen. Du vergisst sogar, wie der aussieht, weil du siehst ihn nie wieder. Das macht keinen Sinn. Deswegen kann ich das sehr, sehr gut verstehen, dass er das gemacht hat. Entweder ist er gut genug, um da zu sein und nicht, weil es nur gegen Kaiserslautern geht, sondern weil es Pokal ist. Und das, was Dada sagt, wir haben vorhin über Tuchel geredet, Innenverhältnis. Er hat das Wort Respekt benutzt. Ja, du musst einem solchen Jungen auch Respekt zollen. Wann soll der mal was zeigen? Wenn der weiß, also bei Tell und Saragossa wird sich einer durchsetzen müssen. Aber hier, wenn du sagst, wir haben eine klare Hierarchie, erst Ernst ist eins, du bist Nummer zwei. Aber wenn Nummer zwei heißt, du kannst aber auch spazieren gehen oder mach dir, hilf doch mal zu Hause oder such dir noch einen Nebenjob. Weil spielen wirst du nie. Das kann A für den Klub nicht funktionieren und B nicht für den Spieler. Sie haben es anders gemacht. Wenn du verloren hast, sind alle Diskussionen möglich. Stichwort Respekt ist wunderbar, Herr Reif, um über das zweite Viertelfinale zu reden. Denn dort hat ja der Düsseldorfer Cholis einen Elfmeter gegen Burchardt gelupft und somit letztendlich die Fortuna ins Halbfinale gebracht. Also eigentlich alle begeistert. Na, einer nicht. Ausgerechnet sein Trainer hat sich sehr kritisch zu diesem verwandelten Lupf-Elfmeter geäußert. Und da gucken wir einmal kurz drauf. Er sagte, offen gesagt, völlig unangemessen muss ich ehrlicherweise gestehen, zu der Art, diesen Elfmeter so zu schießen. Ich bin kein Freund davon und finde nicht, dass das respektvoll dem Gegner gegenüber ist. Ich muss es darauf reduzieren, dass ich mich unfassbar darüber freue, über die Art und Weise in dem Elfmeter nicht. Finden Sie so einen Elfmeter respektlos, Herr Reif? Ich finde es schon überraschend, dass ein Trainer das so sagt. Der intern und vor allem in der Regel, wenn er nicht gelingt, Palenka, der nicht gelingt, ist dann meistens so, dass der Torhüter den Ball so ins Händchen nehmen kann. Ich sage, das machen wir bitte jetzt immer so. Wenn der aber reingeht, ist das eine, jetzt mal rein vom Technischen, gar nicht falsche Idee. Nee, also statt ihn halbgar in die Ecke zu schießen und dann auch noch halbhoch, sodass ein Torhüter den auch noch wirklich leicht abwehren kann, es sei denn, er entscheidet sich für die falsche Ecke. Das ist dann immer 50-50. Dann, das ist mir, da ist das, ist der Palenka, wenn du ihn kannst und wenn er gelingt, ja, ist das die, eigentlich die erfolgsversprechendere Lösung. Sehen Sie irgendwas Verspockendes? Mir geht es darum, wie er reagiert. Wenn er jetzt nicht, der Spieler, der den dann gemacht hat, er muss sich nicht entschuldigen. Aber nach dem Panning Cup würde ich, also in der perfekten Welt, würde ich dann sagen, dreh dich um, lass dich von deinen Jungs feiern, aber mach nicht, geh weg da. Wenn es gelungen ist, tut es doppelt Auer für den Torhüter, der da in der Ecke liegt und der Ball, er kann noch zugucken wieder so. Bevor du siehst, du ihn dann noch so vor sich hin trellern. Es ist mehr geschmäcklerisch, es ist interessant, dass ein Trainer das sagt. Ich glaube, das könnte stiegenbildend sein. Ich bin mal gespannt, wie andere Trainer darauf reagieren. Und weil Sie Palenka gerade erwähnten, für die jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauer 1976, EM-Finale, so traf er gegen Deutschland. Als er den Ball von Hoeneß wieder gefunden hat. Weil Uli Hoeneß sich für die andere Variante entschieden hatte. Volle Lotte Druff, aber leider der Ball damals übers Tor und wie manche sagen, auch aus dem Stadion hinaus. Aber auch Uli Hoeneß hatte ja vorher schon mit der EM 72 und dem WM-Titel 74 Großes geleistet für die deutsche Nationalmannschaft. Aber auch Uli Hoeneß hat ja vorher schon mit dem WM-Titel 75 Großes geleistet.